Melissa Naschenweng ist verliebt. Der glückliche Mann an der Seite der Schlagersängerin ist Toni Gabalier, der Bruder von Schlagerstar Andreas Gabalier. Melissa Naschenweng. Sie ist neu verliebt, in den Bruder von Andreas Gabalier. Andreas Gabalier, 38, wirkt so entspannt wie nie. Bei einem Interview mit Krone.at ruhte er komplett in sich und verriet Persönliches. Er mag am Morgen klassische Musik. Für die absolute Ruhe zieht er sich gerne auf die Alm zurück. Und er macht jede Menge Sport, was jeder an seinem bestens durchtrainierten Körper sehen kann. Doch von einer neuen Partnerin ist dabei keine Rede. Aber dann lüftete er ein bisher gut gehütetes Geheimnis. Eine hübsche Schlagerkollegin lässt ihn seit Wochen glücklich strahlen, doch nicht nur ihn. Es ist Melissa Naschenweng, 33. Was Andreas besonders freut, ist die Tatsache, dass die schöne Melissa nach einigen Liebespleiten bei seinem jüngeren Bruder Toni, 29, endlich ihr Glück gefunden hat. Kürzlich wurden beide bei der Musical-Premiere von Mama Mia in Mörbisch, Burgenland, gesichtet. Jetzt hat die Kärntnerin ihre Liebe zum Unternehmer bestätigt. Seit einem halben Jahr sind wir fest zusammen. Und ich bin sehr glücklich mit ihm. Melissa Naschenweng Sie ist hin und weg von ihrem Toni. Toni Gabalier ist im Gegensatz zu seiner Freundin und seinem berühmten Bruder nicht in der Schlagerszene unterwegs. Er betreibt eine eigene Gin-Marke. Genau damit konnte er bei der blonden Sängerin punkten. Er sucht nicht das Rampenlicht. Und genau das ist es, was ich bei einem Mann brauche. Zum ersten Mal habe es 2016 beim Ausgehen gefunkt. Toni und ich kennen uns seit sieben Jahren und hatten zeitweise eine On-Off-Beziehung. Mein Herz hat mich immer zu Toni zurückgezogen. Ich weiß jetzt, dass er meine große Liebe und der richtige Mann für mich ist. Kein Wunder also, dass Melissa schon fest zur Familie des Volksmusik-Rock'n'Rollers gehört. Andreas Gabalier heißt sie auf jedem Fall in der Familie willkommen. Die beiden sind vom gleichen Schlag, denn beide nehmen kein Blatt vor den Mund. Melissa sieht es ähnlich wie ihr zukünftiger Schwager. Was andere denken, ist mir herzlichst wurscht. Wir sehen Sie mal in der Kräfte, denn die Kräfte, dass ihr das beschrieben, Sie sind zwei Wohnnicht. Vielen Dank.